Willkommen zu meinem Review-Video über den Zicotec Conga Eternal Pet Vital Robot Vakuum Cliana. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses erstaunliche Produkt erzählen und warum es eine großartige Investition für Ihr Zuhause sein könnte. Also, lassen Sie uns gleich loslegen. Der Zicotec Conga Eternal Pet Vital ist ein 4 in 1 Staubsaugerroboter mit intelligenter Navigationstechnologie, einer multifunktionalen Bürste und einem Mischbehälter für eine gründliche Reinigung mit Dreisaug- und Wischstufen. Mit der Total Surface Technologie optimiert er die Akkulaufzeit und bietet eine hohe Leistung. Mit dem ForceClean-System und einem leistungsstarken Turbinenmotor erreicht er eine maximale Saugleistung von bis zu 3000 Paar, wodurch er selbst hartnäckigen Schmutz mühelos entfernt. Was diesen Staubsaugerroboter wirklich auszeichnet, ist die vollständige Kontrolle über die App. Sie können Programme, Saugleistung, Wischfunktion und den Reinigungsverlauf ganz einfach über Ihr Smartphone einstellen. Mit der Virtual Map-Technologie können Sie sogar eine Karte Ihres Hauses erstellen und den Reinigungsbereich auswählen. Und das Beste daran ist, dass Sie den Roboter mit dem virtuellen Sprachassistenten Alexa verbinden können, um ihn per Sprachbefehl zu steuern. Mit dem RoomPlan 2.0 können Sie den Roboter 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche programmieren und die Räume, Saugleistung, Flussrate und den Bodentyp auswählen. Es stehen Ihnen auch 10 verschiedene Reinigungsmodi zur Verfügung, darunter Auto, Kantenreinigung, Punktmodus, Bereichsreinigung und vieles mehr. Sie können sogar bis zu 5 verschiedene Karten speichern und bestimmte Bereiche für eine gründlichere Reinigung markieren. Die Bürste des Cicotec Conga Eternal Pet Vital ist besonders effektiv bei der Reinigung von Teppichen und Teppichböden. Sie besteht aus zwei Materialien, Borsten und Silikon, um alle Arten von Schmutz zu entfernen. Und mit dem Turbo Clean Carpet System können Sie den Turbo Modus aktivieren, um maximale Leistung auf Teppichen zu erzielen. Aber lassen Sie uns nicht nur über die Funktionen sprechen, sondern auch über die Erfahrungen anderer Nutzer. Michika sagt, Preis-Leistung passt echt gut. Mit der Gummirolle endlich keine Haare mehr in der Rolle. Kalle berichtet, dass der Staubsauger gut saugt, aber bei Hundehaaren regelmäßig gereinigt werden muss. Kai ist sehr zufrieden mit dem Staubsauger-Roboter und sagt, Immer wenn ich aus dem Haus gehe, mache ich ihn schnell an und wenn ich wieder nach Hause komme, ist der Boden ganz sauber. Die Wischfunktion ist auch praktisch. Michael F. hatte leider eine schlechte Erfahrung gemacht, da sein Gerät nach drei Monaten den Dienst versagte und der Support nicht hilfreich war. Insgesamt hat der Zicotec Conga Eternal Pet Vital eine Durchschnittsbewertung von 4,0 von 5 Sternen basierend auf über 7800 Bewertungen. Es ist wichtig zu beachten, dass einige Benutzer Probleme mit der App-Verbindung und der Saugleistung hatten, während andere die Effektivität und die praktischen Funktionen des Roboters lobten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Zicotec Conga Eternal Pet Vital ein leistungsstärker und vielseitiger Staubsauger-Roboter ist, der Ihnen dabei helfen kann, Ihr Zuhause sauber zu halten. Mit seiner intelligenten Navigationstechnologie, der App-Steuerung und den verschiedenen Reinigungsmodi bietet er eine effektive Reinigungslösung für jeden Haushalt. Beachten Sie jedoch, dass es möglicherweise einige Probleme mit der App-Verbindung und der Saugleistung gibt. Wenn Sie also nach einem zuverlässigen und effizienten Staubsauger-Roboter suchen, der Ihnen das Leben erleichtert, könnte der Zicotec Conga Eternal Pet Vital die richtige Wahl für Sie sein. Klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, um weitere Informationen zu erhalten und das Produkt auf Amazon zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!